Michel! Bitte. Ich tue... Mann! Ernsthaft! Deshalb habe ich neben Nummer 8 die Fresse, Bella! Das findest du lustig. Die wissen doch gar nicht, was ich gemacht habe. Nein, was hat die zurückgeguckt? Agent Laman als ihm in... Bitte. Warte. Nicola ist so heiß, du riecht mich mal aus. So ein Firmatis höher vom Arschchen. Jetzt musst du all diese Demo-Zent-Liefe ausdrücken. Oh, ich soll nicht hören. Ich sollte wirklich nicht hören. Höf! Höf! Nein! Nummer 10! Nummer 10! Äh, ne. Auf duf. Nummer 10! Was? Wissen Sie eigentlich, was uns durch die... Ne? Ich bin gespannt, wie diese Geschlechte weitergeht. Ihr auch? Was? Wissen Sie eigentlich, was die... Hinge... 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 Ja, alle 30. Jawohl! Was? Wissen Sie eigentlich, was durch die... Wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist, diesen Satzrekord auszusprechen? Hä? Oh ja, mein Freund! Oh ja, mein Freund! Das Benzin ist alle! Besorg du 80.000 Liter! Was? Was denn? Was? 80.000 Liter! 80.000 Liter! Ja, klar! Das war mein völliger Ernst! Besorg du in der Zwischenzeit 80.000 Liter! Ja, da muss man schon lachen! Nummer 10! Das Benzin ist alle! Du hast gegrenzt! Ich hab's gesehen! Okay, nochmal! Herzgucken! Ich kann übrigens durch die Kamera sehen, was du hinter mir machst! Nummer 10! Das Benzin ist alle! Wie... Warum ist denn das lustig? 80.000... 80.000 Liter! Das weißt du noch gar nicht! Das ist teuer! 80.000 Liter Benzin? Du darfst nicht lachen! Du darfst nicht lachen! Das ist engst! Okay, nochmal! Alter! Ich dachte wir kriegen schnell hin mit Lack! Können wir jetzt? Ja! Gut! Nummer 10! In der Zwischenzeit besorgst du bitte 80.000 Liter Benzin! 80.000 Liter Benzin! Damit wir mit dem Muggel nachkommen können! Damit ihr dann mit dem Muggel nachkommen könnt! Damit ihr dann mit dem Muggel nachkommen könnt! Wir werden auf die Reise gehen und den Lord suchen! Besorgt du in der Zwischenzeit 80.000 Liter Benzin damit das... Das ist alles! Stimmt, oder? Weißt du das? Was? Ja bitte mal fotografieren! Geil! Wir machen gerade Mittagspause! Max hat... Max hat... Wir vermuteten, dass hier ist der Bau, oder? Aber nein! Ach, ey! Scheiße! Lass uns ein geheimes, unterirdisches... Geheim... Weg! Nochmal! Lass uns ein geheimes, mobiles, unterirdisches... Scheiße! Das Geheimste! Hm? 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 Wir müssen dort lang! Okay nochmal! Und... Hahahaha! Brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen! Bin ich denn? Oder was? Wer ist denn dann? Keine Ahnung! Ich glaube, dann gehen wir. Vorher bei Ratchet eigentlich, wo es lang geht. Es ist gar nicht so leicht, die Dummies zu töten, ohne... Scheiße, genau, falsch rum. Erster Take, erster Take verkackt. Sehr britisch. Dennoch hätten wir sie durch einen brutalen offensiven Angriffskrieg erledigen können. Nee, da kommt jetzt noch Tags. Ja. Bei dir, glaube ich. Nee. Ich glaube, Wolf. Nee, ich komme erst später. Ist eigentlich Agent Wolf oder Agent Wolf? Agent Wolf. Also W-U-R-F, richtig deutsch. Das steht für Wolf, you like to fuck. Was ist die eigene Idee? Hab ich dir geschenkt. Eine gute Idee, okay. Scheiße. Gut verloren. Scheiße. Oh, warte mal. Ja. Einmal mit Profisauern. Einmal. Einmal. In 50... Metern. Wir drehen noch mal rum, wir kommen noch mal rein. Ich wollte Minuten sagen. Hört ihr, wenn ich jetzt sage, warte, ich komme da durch. Hört ihr das? Nein. Sehr gut. Seid ihr alles Individuen? Ich nicht. Nur, wie kommen wir da durch? Oh, kampflos jedenfalls nicht. Warte. Ich komme da durch. Okay, sie hörens nicht. Achtet auf ihn, er hebt den Arm. Dann macht ihr... Oh, Mann, die sind wieder runter. Doch, Tessor. Wie halten die sie hier in Schach? Hm. Ja. Dann sind wir mal los und... Okay, stopp, Pause. Sollen wir an? Ah. Zug. Live-Impression von 9.00, das auf 4.3. Wie geht's euch? Wie ist die Stunde? Hallo. Ja, was soll ich sagen? Hallo, ich habe ein Smartphone. Hallo, ich habe ein Smartphone. Das ist geil, Max. Das ist geil. Nicht in Zeitlupe. Nicht so in Zeitlupe. Reicht das nicht? Ja, okay. Das ist super, aber jetzt ohne Auto nochmal. Warte nochmal auf das Flugzeug. Von nun an musst du weitergehen, mein kleiner, hühnloser Gehilfe. Zug, 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 Zug. Oder? Doch nicht. Und bitte. Was genau machen Sie da? Ja, das war gut. Okay, und jetzt ohne die Pause. Was genau machen Sie da? Was genau machen Sie da? Ohne Pause. Ohne Pause. Was genau machen Sie da? Ohne Pause. Hier war noch eine Pause drin. Was genau machen Sie da? Das war schon besser, aber... Was genau machen Sie da? Hier ist hier die Pause drin. Was genau machen Sie da? Bitte. Genau in dem Moment. Sobald das Auto weg ist. Und... Bitte. 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 Okay, noch mal. Und... Jetzt kann ich gerade... Und dann! Stell ich da hin! Stell ich da hin! Wir müssen jeden ruhigen Moment auskasten. Jetzt ist wieder ein Flugzeug da. Das gibt es nicht. Das ist wie verätzt. Und... Oh, oh, oh. Ja, das war klar. Oh! Boah! Also ein Zug, das heißt nicht, der Zug, ne? Das ist so geil. Du hast keine Übernahme. Danke für diesen tollen Drehort-Vorschlag. Was ist das? Das ist unser Tor von Nütt. Wer macht das? Boah, Alter! Okay, und? Ruhe! Wir drehen jetzt ab. Ach nee, jetzt kommt tatsächlich noch was. Ach, das ist der Zug, ja. Ich vertone das nach, echt. Jetzt. Ah, Flugzeug. Und Vögel. Geh zu. Ein Mann mit Stil weiß immer im richtigen Moment aufzutauchen. Ein Mann mit Stil. 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 Was hat man euch angetan? Was hat man euch angetan? Da muss ich sagen. Oh! Du hast einen Mann mit, ist er das ein bisschen zurück.